Die Yamaha Music Schools verfügen über eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der musikalischen Frühförderung. Robby heißt der Kursus speziell für Kinder vom 4. bis zum 18. Lebensmonat. Musik ist mir wichtig für mein Kind, weil ich selber auch aus einer musikalischen Familie komme und ich möchte das gerne an meine Kinder weitergeben und deshalb haben wir uns auch für den Robby-Kurs entschieden. In Robby werden die Kinder dazu angeregt, ihre Sinneserfahrungen durch die Beschäftigung mit Musik zu erweitern und ihre Umwelt auf unterschiedlichen Ebenen musikalisch zu erforschen. Am Kurs Robby begeistert uns, dass er genau auf diese kleinen Kinder zugeschnitten ist. Da wusste ich vorher noch gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt und deshalb gehen wir da sehr gern hin. Alle Aktivitäten wie das gemeinsame Singen, Spielen, Hören und das Feierentdecken sind sorgfältig auf den Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt und bieten vielfältige Möglichkeiten, Kinder für Musik zu begeistern. Ich empfinde es als großen Vorteil, dass es ein vorgegebenes Curriculum gibt, an dem man sich orientieren kann und das vor allem genau auf die Zeitfenster der kindlichen Entwicklung abgestimmt ist. Der Kursus KRAKI für Kinder ab 18 Monaten setzt die mit Robby begonnene ganzheitliche Förderung fort. Die thematisch verknüpften Lieder, Verse und Musikstücke fördern neben musikalischen Fähigkeiten insbesondere auch das Sprachvermögen. Eine befreundete Mutter ist mit ihrer Tochter zu KRAKI gegangen und hat mir davon erzählt. Und dann habe ich das selber mit meiner eigenen Tochter mal ausprobiert in einer Probestunde, habe mich über das Konzept informiert und dann war ziemlich schnell klar, meine Kinder sollen so früh wie möglich in den Genuss dieser Musikschule kommen. Und vor allen Dingen machen mir die Stunden auch Spaß. Lehrerinnen und Lehrer der Yamaha Music Schools werden in speziellen Seminaren ausgebildet und in ihrer Unterrichtspraxis durch Fortbildungsangebote laufend betreut. Die Schulungen, die Yamaha anbietet, um diese Programme überhaupt unterrichten zu können, sind sehr intensiv, aber sie machen auch sehr viel Spaß und bereiten vor allem sehr gut auf die Praxis vor. Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der musikpädagogischen Forschung und Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und weltweit mehr als 30 Millionen unterrichtete Schüler stehen für die Qualität der Yamaha Unterrichtskonzepte. Ich denke, die Praxis überzeugt, denn ich freue mich sehr, sagen zu können, dass mittlerweile die meisten Eltern mit ihren Kindern auf Empfehlung zu uns kommen. Speziell entwickeltes Unterrichtsmaterial zum Mitsingen und Hören rundet das Musikerlebnis für Kinder und Eltern ab. Die CDs beinhalten alle Liedverse und Musikstücke, die im praktischen Unterricht und zu Hause angewendet werden. Seit wir in der Yamaha Music School sind, begleitet uns Musik jeden Tag. Lassen Sie sich und Ihr Kind von Musik begeistern. Wir freuen uns auf Sie in der Yamaha Music School.